Ahoy Pyrus, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975 und heute habe ich für euch die Double Deck Blue. Richtig geiles, dickes Gerät und dahinter seht ihr die Double Deck Red. Das ist ja die sozusagen erste Version, die rausgekommen ist und danach kamen die Purple und die Blue und die, ich glaube, Lemon Purple oder sowas. Aber die habe ich nicht, ich habe nur die Red, Purple und Blue dieses Jahr. Und ja Freunde, ich bin sehr gespannt auf das Teil. Wir können nochmal die Daten anschauen, 25 Millimeter, 19 Sekunden Brenndauer und 36 Schuss. Sieht sehr cool aus mit diesem verpixelten, gefällt mir sehr gut. Und wenn die nur annähernd so gut ist wie die Double Deck Red, Freunde, dann kann man bei dem Kauf auf jeden Fall nichts falsch machen. So soll es aussehen, schöne blaue Peonies und dann dickes Crackling. Ja, ich würde sagen, viel Spaß bei der Zündung, Freunde. Ich bin mega gespannt auf das Teil. Double Deck Blue von Explode. Neuheitsteil von 2018. Vielen Dank.